und dann wie gesagt entweder und soll ich mal kliffen wir das ganze noch mal nach unten mit containern bis jetzt eigentlich alles irgendwie gepuffert haben und ich weiß halt nicht ob wir hier das ganze wirklich dann ohne puffer machen sollten moin leute so ich habe ein bisschen vorbereitet die dritte etage habe ich schon mal vorgebaut jetzt werde ich noch mal zu gucken wie ich 20 stück davon setze dementsprechend müssen jetzt nach oben die letzte etage mit den 15 machen strom wie ihr seht habe ich auch schon hingezogen wenn ich einfach hier hoch gekommen habe es dann durch verbunden etage für etage damit wir hier natürlich auch ein bisschen fliegen können also gucken das sind jetzt hier zwei und das heißt dann müsste der ja hier hin aber das passt so das heißt wir müssen jetzt den setzen also fünf pro seite zwei drei vier und fünf und das sind wir hier mit 12 platzfrei setzen hier auch noch mal fünf hin so dann haben wir erstmal das so dann können wir schon mal dass wir hier nachher den strom setzen können schon mal so machen das waren jetzt hier aber keine zehn ne hast du das manchmal so und dann haben wir gesagt wenn wir hier noch irgendwie geschickt fünf vorsätzen ne dann müssen wir das jetzt theoretisch mittig machen und zum rangieren lassen wir uns wieder einen frei beziehungsweise gehen damit es einheitlich bleibt einen nach hinten eins der muss ja dann jetzt hier auch wieder mittig sitzen der muss ja dann jetzt hier auch wieder mittig sitzen drei nach speicher freeze nicht ärgern nicht ärgern das mag ich nicht habe zum glück noch nicht gedrückt hier das wird hier nochmal eben um einen erweitern und dann kommt hier die fünf hin so im schlimmsten fall ärgere ich mich nachher wieder weil das hier drunter ein kuddel ein muddel wird mit den Zuleitungen aber das haben wir beim letzten mal auch irgendwie geregelt gekriegt dafür haben wir zum glück unsere Versorgungsebene ne damit wir da eben kuddelmuddel ein bisschen versteckt machen können falls wir es brauchen ich hoffe aber mal dass wir ohne kuddelmuddel auskommen das wird einigermaßen schön da hinten lang gezogen kriegen na also ab und zu will mich das spiel immer wieder ärgern so jetzt ist halt nur die frage wenn wir nachher die ganzen Aluminiumplatten haben die frage was produzieren wir daraus so wie sich immer die frage stellt wir bauen immer irgendwas groß auf und wissen dann nicht was wir weiter machen sollen ach mir gehen die platten aus ok da habe ich nicht aufgepasst das ist mein fehler das ist mein fehler das hätte ich besser vorbereiten können ne da habe ich ja nicht darauf geachtet dass wir so einen hohen plattenverbrauch haben wir brauchen auch noch eisenstangen sehe ich gerade dass wir hinterher auch die Schmelzöfen bauen können ich glaube da werden wir dann hier mal eben kurz als erstes noch mal ein bisschen was reinschmeißen müssen weil die sind dann doch Mangelware ne ich weiß gar nicht wo kamen wir denn hier ha perfekt machen wir das mal eben einmal so naja da war ich ja eigentlich nicht äh gedankentechnisch dass wir da überhaupt noch mal dran müssen aber gut dass wir es haben gut dass wir es zwischengelagert haben na da müssen wir uns halt bisschen Platz wir müssen uns halt nachher auch noch irgendwas überlegen ob wir halt die Aluminiumbarren nicht vielleicht doch zwischengelagern ne weil im Moment wäre es ja so dass wir gesagt haben von Etage zu Etage wir hätten ja Platz ich sag mal so um da so kleine Container Häuschen reinzusetzen weil in die Zwischenebene werde ich keine Container kriegen das heißt ähm da müssten wir uns dann überlegen ob wir vielleicht wirklich hier so kleine Hütchen setzen irgendwo und wir da mal einmal rauf und wieder runter gehen ne ich glaube einfach mal dass das ganz sinnig wäre so jetzt müssen wir bis nach ganz oben nochmal eben kurz eben die Einstellungen machen ja dann haben wir das einmal nein da haben wir es noch nicht eingestellt ok äh wir waren die Dinger hier am setzen ne da müssen wir nämlich hinterher noch schauen dass wir dann weil wir haben ja auf den Etagen haben wir jetzt zum Glück genug Platz ne wir müssen mal gucken ist das jetzt noch ein bisschen doof wenn wir hier irgendwie Fensterfront technisch da irgendwie blöd lang gehen ansonsten müssen wir gucken in der Mitte in Versorgungsschacht sieht aber wahrscheinlich auch doof aus da müssten wir dann irgendwie schauen dass wir hier doch noch irgendwie auf die Hälfte mal was gesetzt kriegen das ist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht so das Hexenwerk aber da müssten wir mal irgendwie einmal ne halbe Foundation setzen dann müssten wir da ja ne Wand gesetzt kriegen Nachkampf und das wird vielleicht doch irgendwie zwischen Puffern Weil das mit dem Zwischenpuffern werden wir definitiv nicht in die Versorgungsebene kriegen leider. Ich glaube selbst die halbe Höhe ist für einen Container zu klein und habe ich jetzt da wieder einen vollwertigen Lift gebaut. Also selbst die Zwischenebene wäre dafür ja zu klein, ansonsten können wir wirklich nur hingehen und alles unten zwischenpuffern. Und da hätten wir genug Platz, aber dann können wir es halt auch wieder unten drunter machen. Deswegen müssen wir mal schauen, ob wir hier vielleicht nochmal versorgungsschachttechnisch irgendwas setzen. Wir hätten ja hier nochmal Platz, dass wir vielleicht doch hier nochmal Lift technisch irgendwie runter gehen, weil auf der Seite kommen wir ja nicht mehr runter. Wir haben uns sowieso alles hier rüber gelegt, dass wir hier vielleicht doch nochmal eine Fensterreihe wegnehmen oder wie auch immer. ne? Ach, die haben wir vergessen. Die haben wir vergessen. So, dann haben wir hier alles Output technisch verbunden. Das hier wird nachher nochmal vielleicht ein bisschen spaßig, wie wir das verbunden kriegen. Oh, ne, da hätten wir noch eine Weile sogar weiter nach hinten gemusst. Das ist, ne, das ist nicht schick. Das ist aber nicht schick. Nimm es doch weg. Nimm es doch weg. Also manchmal meint das Spiel es nicht gut mit mir. Irgendwie, ich habe es manchmal mit der Perspektive, ne, wie sagt man immer so schön, irgendwann wird man betriebsblind, ne, wenn du immer das gleiche machst. Na, ich habe das wie gesagt hier stromtechnisch habe ich das dann so durch verbunden und hier haben wir unseren Hauptanschluss, sodass das ganze hier dann auch schick läuft. Na kommt zack zack. Speicherfreeze, er wird nicht kürzer, ne, aber ich habe noch so die Befürchtung, dass wir hier hinten noch keinen schönen Übergang bekommen werden, was Rom angeht. Der ist ja in der Mitte, ne. Der ist genau auf der falschen Seite. Tja, also entweder müssen wir uns dann hier nochmal. Mal ein Zwischending ziehen. So, ne. Machen wir das halt einfach so. Dann passt das. So, eingestellt sind die alle. Dann können wir uns jetzt da ran machen, die alle durch zu verbinden. Das kann ja nur katastrophal werden, ne. Die kommen ja immer hier hin, ne. Wenn ich jetzt gucken würde mit den zwei, aber die gucken ja oben raus dann, ne. Die würden ja oben raus gucken. Ja, die gucken oben raus. Dann müssen wir uns echt überlegen, ob wir es unten drunter nochmal machen, dass wir dann von hier aus dran kämen, wenn wir wollen. Jetzt müssen wir uns mal überlegen, aus welcher Richtung was kommt. Ich würde sagen, dass die hier von der Seite eingefüllt werden. Dann kriegen wir das, das kriegen wir natürlich nicht. Weil wir auch gesagt haben, pro Seite dann die 600. Wer hat nur das denn hier hinten. 600. Und hier kommen auch 600 an. Okay. Hier unten könnten wir auch mit dem doppelten Lift arbeiten. Können wir oben definitiv nicht. Wir wollen es sogar einheitlich haben. Also werden wir die Links-Rechts-Variante nehmen müssen. Und das einmal durchjagen, oder? Das sind halt jetzt, kriege ich hier keine kleinen angezeigt, oder was? Oh Gott. Ist das so? Ist das so? Nein, ist jetzt noch einen davor gemusst. So. So. Okay. So passt das. Na, ich will den haben. Weiß halt nicht wieso. So. Jetzt, okay. Jetzt zeig das mir an. Kann aber auch noch ein näher ran, oder? Ja. Na, da war noch eine Zwischenebene. Na, komm. Einen dazwischen, einen dazwischen und von da aus rein. Dann kommt der hier weg. Und der geht da hoch. Dann haben wir dazu. Nein, nimm doch einfach den. Danke. So zeig der mir die kleinen nicht an. Ich weiß halt nicht, was er da macht, ne? Okay. Das ist hier der untersten Ebene, das ist ein bisschen anstrengend. Da hat er mir jetzt wieder den kleinen angezeigt, oder hat jetzt wieder geschnallt, was ich vorhabe. Also. Okay. Okay. Das ist manchmal echt komisch mit den Anzeigen. Aber eigentlich kann ich mir das ja auch schon an der Plattform merken, das ist ja im Endeffekt immer in dem letzten Viertel. Erstes Viertel, genau. Letztes Viertel. Warte, war schon okay. Und dann können wir ja theoretisch hier drüben wieder reiten, dann nehmen wir hier innen, machen wir den Gegenüber, gespiegelt, so wäre rechts Kupfer und wenn wir hier oben drauf gucken, soll aber auch rechts Kupfer kommen. Dann können wir da so round, round. So sollte das passen, ne? Also ich bin echt gespannt. Wie viele Fehler wir hier ausmerzen müssen, wenn wir das Ganze in Betrieb nehmen. Oder ob da direkt auf Anhieb alles reibungslos läuft. Also ich habe ja die Hoffnung, dass das reibungslos läuft, ne? So ist es ja nicht, aber wenn ich überlege, wie häufig wir leider schon beim nachträglichen gucken dann doch irgendwelche kleineren Fehler noch gefunden haben. Hier. Keine Ahnung, wo er sich da hin verbindet. Oh ja, 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 ja. Okay. Okay. Jetzt. Und speicherfreeze. Go, go, go. So, ich mal cliffen wir das Ganze nochmal nach unten mit Containern. Weil wir bis jetzt eigentlich alles irgendwie gepuffert haben, ne? Und ich weiß halt nicht. Ob wir hier das Ganze wirklich dann ohne Puffer machen sollten. Und da bin ich mir halt echt unsicher. Und für die Einheitlichkeit denke ich wäre es besser, wenn wir es dann hier auch Puffern, ne? Dann haben wir zwar wie gesagt irgendwie wieder ein Transportschacht komplett nach unten. Und müssen halt auch irgendwie wieder zusehen mit einem Transportschacht nach oben kommen. Aber ich glaube das sieht auch gar nicht so verkehrt aus, ne? So, der geht da rein. Der geht da rein. Dann sind wir nämlich hier einmal. Einmal round and round, ne? Das ist voll die Materialschlacht, das Gebäude, ne? Also ich fände das geil, wenn man hier irgendwie so sich mal ausrechnen könnte. Und was man hier insgesamt schon an Ressourcen verbraucht hat. Das ist ja hier, erstens ist das ein Mega-Betonfresser. Aufgrund der ganzen Zwischenebenen. Und ich will auch nicht wissen, was ich hier an Förderbändern mittlerweile schon verlegt habe, ne? Wobei wir eigentlich auch hier das Kupferförderband hätten wir auch deutlich, äh, langsamer wählen können. Und, äh, das wäre gar nicht die, die volle Geschwindigkeit brauchen, ne? Aber ich denke, wenn wir Zulieferförderbänder haben wir bis jetzt immer auf volle Pulle gemacht. So, das heißt, das wäre dann das. Den Abgang überlegen wir uns dann später. Na, jetzt bin ich halt am überlegen, ne? Hier haben wir den Durchgang gewählt, weil das eigentlich echt so schick ist, ne? Ja, wir könnten aber jetzt überlegen... Das hier wegmachen. Na, da habe ich jetzt nicht genug für, ne? Aber das war halt hier... Na, dass man das so schick sieht. Und das Ganze, ne? Ich klaue mir das mal eben hier. Das Ganze könnten wir jetzt nur einmal für Demonstrationszwecke hier auch hinsetzen, ne? Lassen wir uns hier einen Förderschacht machen. Wo wir es einmal runterführen. Das werden ja jetzt dann in Anführungszeichen nur vier, ne? Das ist halt nicht so schön voll wie da hinten. Naja, wir haben ja dann 600, 600, 600 und ein paar zerquetschte. Ah, dass wir dann hier auch nochmal so ein schickes Ding hinmachen. Und dann müssen wir natürlich irgendwie auf der Seite ja auch wieder... Ich sag mal reinkommen. Ich sag mal reinkommen. So wäre das dann in Ordnung. Gut. Ähm... Halbe Stunde haben wir so ziemlich voll. Dann würde ich auch sagen, belassen wir das hierbei. Hier können wir das Gebäude ja dann wieder schön weiterführen. Wobei wir uns ja noch einmal überlegen müssen, wo wir nachher unsere Kupperschmelzen noch hinsetzen. Ob wir die vielleicht wirklich hier vorne noch reingequetscht kriegen. Aber 25 wäre ein bisschen heftig, ne? Was haben wir denn hier? Könnten wir ja wenn nur... Oh... Ne... Ich glaube... Das da hinten waren 20. Die gehen über die komplette Breite. Und das kriege ich aber hier nicht doppelt hingesetzt. 2... 2... Dann hänge ich da schon drin. Dann müssten wir das hier vorne nochmal erweitern. Ja, wir schauen mal. Wir schauen mal. Ne... Würden wir zwar hier nochmal schön so eine Zwischenebene hinkriegen. Aber das müssen wir mal gucken. Oder ob wir hier halt hingehen. Wären das denn dann... 10... 10... 5... 10... 10... 5... Dann würden wir hier so einen treppenartigen Aufgang hinkriegen, ne? Wir schauen mal, wir schauen mal. Wir kriegen es hier auf jeden Fall noch mit rein, ne? Also so ist es nicht. Und dann, ja... Würde ich euch hier entlassen, ne? Nochmal ein Dankeschön an alle, die fleißig abonniert haben, um nichts zu verpassen, die mich unterstützen. Wie die anderen, die es noch nicht getan haben und immer noch dran sind und bis zum Ende geguckt haben. Scheint euch ja zu interessieren. Klickt einfach mal auf Abonnieren. Ne? Tut keinem weh, hilft mir ein bisschen. Äh... Auch gern ein Like da lassen. Wie gesagt, schreibt was in die Kommentare. Würde mich sehr freuen. Und... Dann wünsche ich euch noch... Mal hören wir denn, wenn das hochkommt. Montag. Schöne Restfeiertage. denn... Tschau tschau. So und ich danke dir. ставte. Vielen Dank.